Die Glockengießer, die mit einer Kanone abgesehen sind, die besser ernährt sind als die Glockengießer. Klubs werden junge Spieler Chancen kriegen und da sicherlich eine Verbesserung sehen. Was bedeutet die Glockengießer? Das brauche ich ja gar nicht. Oh großer Gott! Was mir gefallen ist, ist, du hast gesagt, naja, sie hat ja gewohnt, dass sie einen Fußballer geheiratet hat. Hast du? Und jetzt sage ich zu dir, du hast eine Frau geheiratet. Und so komme ich jetzt auch zu deiner nächsten Frage. Was gehört zur Beziehungspflicht? Bedürfnisse. Bedürfnisse erkennen, Bedürfnisse erkennen, Bedürfnisse auf Bedürfnisse setzen oder befriedigen. Und nämlich auf gegenseitig. Ich gebe da. Ich finde, Kompromisse gehören zu Beziehungen. Weil es gibt eine Zeige, dass jeder ein bisschen was hergibt, aber auch sehr viel kriegt. Es ist vorhin dieser Satz gefallen von der Anne, dass sie glaubt, die Beziehung nicht gut tut. Das war ganz verwundert. Früher war es wohl so, dass die Frau einfach auch abhängig war vom Mann. Genau. Quasi eigenständig. Und die Leute bedeuten, dass der Frau nur weil die Frau emanzipiert, jetzt plötzlich Beziehung, Beziehung. Weißt du, die Reise, die ich morgen antrete, die wird länger dauern, als ich gesagt habe. Vergabe erfolgt also. Vergabe erfolgt also. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.